Und zeigt sie ihnen! Und wir zeigen euch jetzt endlich unsere erste Finalistin! So, los geht's! Maria Aschenwald aus Tirol. Wir haben sie im schönen Zillertal besucht, wo sie uns mit vier Geschwistern, drei Freundinnen und einer großen Schüssel Salat erwartet hat. Ja, sie ist ziemlich quirlig, also da ist sie mir noch und sie hat ein gesundes Selbstbewusstsein. Sie will auf die Bühne, sie steht gern im Rampenlicht und das ist eine Eigenschaft, die man hat oder nicht hat. Ich find das super! Also, ich mach mir mindestens dreimal am Tag einen Salat und jetzt auch. Guck mal, jetzt. Mhhh! Und wir sagen mir ein Zillertal! Maria, alles Gute! Tja, also eigentlich klingt das doch recht romantisch. Ja, ihr Lieblingsfilm Romeo und Julia, sie spielt Hafe. Ja, aber trotzdem, pass auf mit deiner romantischen Post. Hier ist Maria mit ein Liebesbrief. Ja! Wie alles geht, wie alles geht, wie alles geht, wie alles geht. Liebesbrief, 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 Liebesbrief. Wurde ich zum Detektiv und ich fand nen Brief in die Heimenarchiv. Und ich lass tausend Worte, so süß wie ne Tote. Mit laut der Herzenpumpelmatt. Sie hat sich wohl komplett verknallt. Oh, oh, oh. Ein Liebesbrief, ich lache mich schief. Rosa-roter Käse, parfümiert. Mit einem Kilo schmeißt, wie klein geschmiert. Oh, oh. Ein Liebesbrief, ich lache mich schief. Wenn es dich erwischt, gibt's jedes Mal im Oberstübchen einen Stromausfall. Oh, oh. Es steht, dass ihr Herz zerbrach. Wenn sie wach ist, sehe ich nach. Denn das glaub ich nicht. Schleifst, da bist du noch dicht. Sie schreibt, hol mir von Ferne den Mond und die Sterne. Wie er das macht, nass als wie es sei. Ich hoffe, er ist schwindelfrei. Oh, oh. Ein Liebesbrief, ich lache mich schief. Rosa-roter Käse, parfümiert. Mit einem Kilo schmeißt, wie klein geschmiert. Oh, oh. Und sie schreibt, sie kann nicht schlafen. Weil sie immer an ihn denkt. Dafür schnarcht sie aber laut. Dafür schnarcht sie aber laut. Ein Liebesbrief, ich lache mich schief. Rosa-roter Käse, parfümiert. Mit einem Kilo schmeißt, wie klein geschmiert. Oh, oh. Ein Liebesbrief, ich lache mich schief. Wer das dich erwischt, gibt jedes Mal. Im Oberstübchen einen Stromausfall. Oh, oh. Maria! Ja, ja! W..? Was?